Na, Schöckern? Oh, schön! Du bist so ein Schmuss, Schöckern? Ja, ich habe das Heuge auf der ganzen ganzen Beine hier rausgeholt, ne? Das ist lohnt. Na, ach, ist das für später heute? Hier, oder? Herrlich! Ich bin doch der Größte! Oder guck mal, wie groß ich doch bin! Wie du? Wie du Schnubbelst? Du bist aber auch noch klein, hä? Zwei Jahre, Schöckern? Oder? Drei. Du siehst noch so zart aus dem Gesicht. Na, ist ein Arabe. Ein Knubbelnass!